Stellen Sie sich vor, dieser Kolibri lebt in einem Land mit einer unfassbaren Natur. Wo sich glückliche und gebildete Menschen für ein Leben in Frieden entscheiden. Wo Qualitätsprodukte entstehen und benutzt werden. Und es Talent, Innovation und Träume im Überfluss gibt. Dieses Land existiert. Besuchen Sie, investieren Sie in, kaufen Sie von Costa Rica. Ein kleines Land mit einer ganz großen Vision. Ein kleines Land mit einer ganz großen Vision.